In diesem Video teste ich eine ABDL-Windel, die ich gerne viel früher gefunden und ausprobiert hätte, nämlich die Little Rascals von NRU. Dahinter versteckt sich sogar eine größere, bekanntere Marke, die viele von euch kennen dürften. Aber der Reihe nach, ich habe mich wieder für die Größe M entschieden, die für einen Umfang von 81 bis 102 cm geeignet ist. Zehn Stück befinden sich in der Packung, die sich für viele ABDL-Windeln typisch in einer durchsichtigen Verpackung befinden. Die Little Rascals ist weiß, bunte Teufel sind in mehreren Farben aufgedruckt. Sie befinden sich auf der gesamten Fläche, auch am Po und vorne oben im Bereich der Kleber. Die Klebefläche ist transparent, da man auf Mehrwegkleber aus Plastik gesetzt hat. Somit kann sie sich perfekt in das Design eingliedern, auf den ersten Blick wirkt sie wie aus einem Guss. Erst beim genaueren Hinsehen erkennt man die dickere Folie oben für die Kleber. Die Seiten heben sich mit Bienenwaben in verschiedenen Grüntonen hervor und damit auch von der bedruckten Fläche ab. Im Inneren haben wir ein Saugpolster bis hinten ans Ende der Windel und einen hohen Auslaufschutz an der Seite, der genug Platz für Einlagen bietet. Ob das nötig ist oder die Windel genug aushält, schauen wir uns gleich an. Verschlossen wird sie mit Mehrwegklebern aus Plastik, wie es bei ABDL-Windeln großteils üblich ist, nur wenige wie Krinkels setzen auf Einwegkleber, die sich nicht erneut verschließen lassen. Außen ist die Windel aus Folie. Allerdings eine auffällig dicke, die robuster wirkt, als bei anderen. Das sieht man nicht so oft. Neben dem Tragegefühl ist das gut für die Sicherheit, weil sich nicht so leicht Löcher bilden können, wenn man zum Beispiel mit dem Gürtel oder Fingernägeln etwas unvorsichtig war. Sie wirkt ziemlich stabil und zeitgleich weich. Wenn man sie anzieht, passt sie sich besser an den Körper an, als man es beim direkten Herausnehmen aus der Packung vermuten würde. Obwohl sie nicht stark in die Packung gepresst wurde, wie bei Krinkels. Man muss sie daher auch nicht falten oder kneten, sie fällt überraschend weich auseinander. Die Kleber lassen sich leicht ankleben, wirken aber trotzdem robust. Auch wenn man stärker daran zieht, bewegen sie sich nicht. Was ich sofort gemerkt habe, es ist eine dicke Windel, man spürt sie deutlich, vorne, zwischen den Beinen und am Po hat man sehr viel Saugmaterial. Das bestätigt ein Blick auf die Waage, mit 237 Gramm ist es leer die schwerste Windel, die ich bisher im Test hatte. Das kann auch keine ABDRY toppen, die mich als einzige Little for Big bisher mit überraschend guten Ergebnissen überzeugen konnte. Im Praxistest setzte die Little Rascals, die streng genommen mit V2 hintendran heißt, diesen positiven Eindruck fort. Mehrmals einnässen war überhaupt kein Problem, auch das große Geschäft wird durch die hohen Auslaufbündchen lange in der Windel gehalten. Die Hose wurde erst bei einem Gewicht von satten 2,4 Kilogramm nass. Das ist ein neuer, knapper zweiter Platz. Die Trestelite Briefs schafft mit gut 2,5 Kilogramm nur wenig mehr, ist dafür allerdings auch deutlich teurer. Der Preis hat sich in den letzten Monaten nicht verändert. Ich habe für das Video zum Zeigen und für meinen Vorrat Ende November 2023 nochmal zwei Pakete gekauft. Eine Packung kostet nach wie vor 26,90 Euro. Bei 10 Stück Inhalt macht das 2,69 Euro pro einzelner Windel. Im Verhältnis zur Saugleistung ist das ein sehr guter Preis, den viele andere Windeln nicht bieten können. Selbst eine Kriter-Kabuz schafft nur etwa 2,2 Kilogramm, obwohl das ebenfalls schon eine recht dicke Windel ist, die einiges aushält. Kostet dafür 2,74 Euro pro Stück. Man kann sich über die Motive sicher streiten, das ist Geschmackssache. Von der Qualität der Aufdrucke nehmen sich die beiden nichts, sie sehen beide hochwertig aus mit kräftigen Farben. Günstigere Windeln wie zum Beispiel die LNGU Candy Fluff kosten 2,49 Euro pro Stück, halten dafür mit nur etwa 2 Kilogramm aber auch nicht ganz so viel. Interessant ist, woher die Marke NRU stammt. Ihr habt sie vielleicht schon von anderen Windeln gesehen, die Pledets hatte ich beispielsweise schon im Praxistest. Sie haben auch noch ein paar andere Windeln, welche dicker sind und ich bisher noch nicht ausprobiert habe. Von meinem Eindruck nach ist es eher eine nicht so verbreitete Marke. Doch es ist kein Neueinsteiger, die Little Rascals gibt es schon eine Weile. Also eine kleinere Marke? Nicht wirklich, sie gehört zu Tukablis. Auf deren Webseite ist die Little Rascals Diaper in 1 zu 1 dem gleichen Design zu sehen, dort wird sie sogar mit der Marke Tukablis verkauft. Als saugstarke Windel mit dicker Folie. Warum sie das machen? Man kann nur vermuten, dass die Marke Tukablis einheitlich für Kleber mit Klettverschluss und ein Stück weit sicher auch ihre Design stehen soll. Die NRU-Windeln passen nicht so ganz dazu, weil sie auf Kleber aus Plastik setzen und vor allem die anderen sind teilweise einfarbig, etwas, das es bei den knallbunten Tukablis nicht gibt. NRU scheint also eine Schwestermarke zu sein, mit der sie ausprobieren. Tukablis-Windeln, die ich bisher hatte, sind bereits dick und breit geschnitten, die Little Rascals V2 fühlt sich meiner Meinung nach noch dicker an. Mich hat sie jedenfalls voll überzeugt. Es ist eine der wenigen Windeln, bei der ich keine Kritikpunkte habe, sie ist dick, saugstark, sitzt gut und fühlt sich trotzdem angenehm weich an. Auch die Drucke sind von guter Qualität. Ich habe beim Test seine Packung getestet und die Zeit davor eine weitere, bisher ist nicht eine einzige von den Windeln ausgelaufen, natürlich immer, wenn sie richtig sitzen. Sie scheint so dick zu sein, dass sie überall auch größere Mengen problemlos aufnehmen kann und daher gar nicht erst ausläuft. Auch das ist selten. Normal gibt es während des Praxistes immer mal wieder einzelne Windeln, wo der Strahl zum Beispiel einen ungünstigen Winkel hat und doch mal etwas ausläuft, selbst bei recht dicken Windeln. Was alleine die Saugleistung angeht, steht die Little Rascals V2 derzeit auf Platz 2 von allen, die ich bisher ausprobiert habe. Schaut man jedoch auf das Verhältnis von der gebotenen Saugleistung zum Preis, ist sie ungeschlagen. Man bekommt eine Windel, die mindestens so dick ist wie Tycabless, meiner persönlichen Meinung nach sogar noch ein wenig dicker, wobei das subjektives Empfinden sein kann, wie dich sie sich anfühlt. Preislich ist sie unter Tycabless. Auf meiner persönlichen Top-Liste hat die Little Rascals V2 sich ihren Platz verdient und ich habe auch nach dem Test noch eine an, während ich dieses Video erstelle. Wenn ihr euch über Windeln, das Tragen von Windeln und andere Themen rund um ABDL austauschen möchtet, schaut gerne in die Videobeschreibung. Dort findet ihr die Einladungslinks zur offiziellen WhatsApp-Gruppe. Ansonsten könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, wie ihr die Windel findet. Hat sie euch gefallen? Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Bleibt trocken!